Musik Ich bin heute in Gehwi, Gräfenhainichen und spreche zum Thema Gesundheitspolitik. Die SPD will eine Gesundheitspolitik ohne eine Zwei-Klassen-Medizin, die nach dem Geldbeutel der Menschen unterschiedliche Leistungen anbietet. Dazu will die SPD für alle Bürgerinnen und Bürger eine Bürgerversicherung als Kranken-Voll- und Pflegeversicherung einführen. Für alle Neu- bislang gesetzlich Versicherten wird die Bürgerversicherung verbindlich eingeführt. Menschen, die bisher privat versichert sind, können für ein Jahr befristet wählen, ob sie wechseln wollen. Wir wollen mit der Bürgerversicherung die Solidarität zwischen den hohen und den niedrigen Einkommen stärken. Arbeitgeber sollen wieder den gleichen Betrag wie die Beschäftigten einzahlen. Mit Ihrer Stimme können Sie dazu beitragen, dass eine Zwei-Klassen-Medizin nicht weiter Einzug hält. Stimmen Sie mit Ihrer Stimme für eine solidarische und gerechte Gesundheitspolitik. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.